Was für ein toller Body! Aurora Ramazzotti, die schöne Tochter von Michelle Hunziger und dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti, gibt ihren Followern auf Instagram gerne Einblicke in ihr Leben. Besonders im wohlverdienten Sommerurlaub auf Sardinien wird das Handy öfter gezückt, damit Aurora später tolle Schnappschüsse teilen kann. In einem knappen Bikini posiert die 26-Jährige vor dem Spiegel und strahlt in die Kamera. Dass sie erst vor vier Monaten ein Baby zur Welt gebracht hat, sieht man der Brünette kaum an. Kurz darauf zeigt sich Aurora in Sportklamotten und beweist damit, dass sie auch im Urlaub hart für ihren Körper arbeitet. Doch trotz der Sporteinheiten im Urlaub bleibt offensichtlich noch genügend Zeit für ihren Mann Goffredo, mit dem sie seit 2017 glücklich liiert ist, und Baby Cesare. Am Strand entspannen sie gemeinsam mit ihrem Sohn. Während Aurora ihr vier Monate altes Baby im Arm hält, gibt es einen dicken Schmatzer für den Papa. Meine kleinen Männer, schreibt sie zu den Fotos. Wie schön, dass sie ihr junges Familienglück mit einem solch schönen Urlaub feiern kann.